Hallo Freunde, Pumping Adjun hier. Wieder ein ernster Thema, was wir letztens auch aufgenommen haben. Wollen wir ein bisschen noch intensiver dokumentieren. Das heißt, abnehmen ohne Yo-Yo-Effekt. Freunde oder Mädels, wann tritt Yo-Yo-Effekt ein? Yo-Yo-Effekt tritt dann ein, wenn man zu strenge Diäten anfangs an praktiziert, dass man so auf Defizit geht, dass man Heißhunger oder Hunger überhaupt nicht überstehen kann. Das heißt, wenn wir einen Verbrauch haben von 2000 Kalorien und ihr geht sofort auf 1500 oder 1300 sogar bei dem Programm, was die Mädels meiste fatale Fehler gemacht haben, sind die knapp 1000, 1300 gewesen. Und das ist für einen erwachsenen Menschen viel zu wenig. Deswegen, wenn wir abnehmen wollen, müssten wir so abnehmen, dass wir kontinuierlich reduzieren und nicht auf einmal auf einen Schlag 500, 600 Kalorien reduzieren, dass der Körper damit gar nicht klarkommt. Erstens geht man nicht so tief runter, um abzunehmen, weil wenn man so tief runter geht, ist es vorprogrammiert, dass Yo-Yo-Effekt auftreten wird. Ich habe ja beim ersten Video schon gesagt, wir können uns oder unsere Willensstärke nicht damit messen, wie weit wir hungern können. Dass wir angeben, Freunde, ja, ich habe nur einen Apfel am Tag gegessen und morgen esse ich nur noch halben Apfel und überübermorgen esse ich noch gar nichts. Dann heißt, wenn ich gar nichts esse, das ist ja Zero, mit Zero könnt ihr nur Zero leisten, Leute. Wie können wir stolz sein auf Null? Zero ist doch Null. Wie kann man darauf stolz sein, dass man mit Null essen noch existiert? Man kann mit Null essen zeitlang existieren, aber irgendwann ist das Ende fatal. Also wenn man, ich muss sagen, Yo-Yo-Effekt ist in diesem Fall noch ein guter Effekt, weil wenn Yo-Yo-Effekt nicht auftreten würde, würden sich diese Mädels bis zum Ende hungern. Und das Ende meine ich wirklich Ende, Freunde. Das Ende ist weg, kein Leben mehr. Und das darf doch nicht sein. Deswegen bin ich noch froh, wenn bei manchen Yo-Yo-Effekten eingetroffen ist. Es gibt sogar noch schlimmere Fälle. Ich habe ein paar auch, die ich betreue, die ich kaum aus der Falle rausholen kann, weil die so tief drin sind. Die haben Angst, um ein Kilo zuzunehmen, obwohl die 15, 20, 30 Kilo zunehmen müssen. Und das ist ein trauriger Anblick für mich, Freunde, weil ich echt kämpfe, die mental zu erreichen und die ich nicht mehr erreichen kann, obwohl ich nicht aufgegeben habe, obwohl ich nicht aufgeben werde, diese Mädels, ist diese Zusammenarbeit für mich am härtesten, weil ich die mental nicht verstehe. Die lügen sich selbst dann. Und damit auch mich, die sagen oder die schreiben mir, was die alles essen, aber die sehen nicht danach aus, dass die das essen, Freunde. Die sehen ganz anders aus. Und das ist Zero und das ist kein Yo-Yo-Effekt dabei. Die haben Angst, zuzunehmen, auch wenn das gesund ist. Die sehen sich in diesem Zustand, wie die sich befinden, gesund, weil die bis dahin hingetrieben worden sind. Und die kommen alleine da nicht raus. Und meine größte Herausforderung ist, dass sich eben die, die ausweglos da liegen, sitzen, trainieren, sich verstecken oder auf eine Figur stolz sind, was alle anderen nicht gesund sind. Ich meine, es geht hier nicht um Ästhetik, Freunde. Es geht hier um nackte Gesundheit. Und wenn es um nackte Gesundheit geht, dann sollten wir alle Betreuer oder alle, die die Programme schreiben, aufhören, den Menschen oder den Mädels Körperverletzung anzubieten. Das ist nicht okay. Okay, Yo-Yo-Effekt. Gehen wir nochmal ein, Freunde. Für die, die eben danach schwerer geworden sind, sollen noch stolz drauf sein. Stellt euch vor, Mädels. Ihr hättet es nicht zugenommen. Ihr hättet weiterhin Diät gemacht oder diese Zero praktiziert, dass ihr irgendwann nur noch bei 1,70, 40, 45 Kilo wiegt. Das wäre fataler, wie ihr jetzt bei der Größe 60, 62 Kilo wiegt. Das können wir kontrollieren. Das andere ist schwieriger zu kontrollieren. Also hört damit auf. Jetzt gehen wir zum Yo-Yo-Effekt. Yo-Yo-Effekt ist ein ganz normaler Prozess. Wenn man Hunger hat, verlangt der Körper nach Essen. Und wenn man Essen anfängt, dann kann man nicht aufhören. Ist man mehr. Und wenn man mal eben so auf Defizit war und auf alles verzichtet hat, Freunde, das geht mir genauso, wenn ich eine Wettkampfdiät mache. Nach dem Wettkampf sperrt man sich was ein und isst das Zweifache, was man normalerweise essen würde. Dann nimmt man natürlich auch in der Regel sehr schnell sehr viel zu. Das Gute ist an uns. Wir haben Erkenntnisse, um wieder aufzuhören und wieder auf gesunde Ernährung rüber zu gehen. Diese Mädels, wir haben ja keine Erfahrung damit, wie man mit Nahrungsmitteln umgehen sollte. Einer sagt wenig Essen und die essen wenig bis nichts. Und dann kommen die auf den Geschmack, mit Essen geht es denen besser und die meinen, die dürfen essen und können essen, so viel sie wollen. Das ist aber nicht so. Wir müssen immer eine Menge für unseren Körper zufügen, die uns über den Tag verteilt begleitet, ohne dass wir Hungergefühl auf Sachen scharf sind. Dann funktioniert es viel besser, als wenn man entweder durch die Supermärkte rennt und sagt, ich will das, 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 das. Das sagt man immer, wenn man Hunger hat, Freunde. Wenn man einigermaßen satt ist, dann legt man auf 99% der Sachen im Supermarkt keinen Wert. Aber eben, wenn man die Menschen zum Hunger hinfügt oder überführt, dass man erst gut ausschaut, wenn man richtig hungert, dann ist 90% Jojo-Effekt dabei. Und die 10% gehen runter und die sehen meistens noch schlechter aus, wie wenn man, bevor man Diät angefangen hat. Deswegen sollten wir aufpassen, welche Programme wir praktizieren. Ich mache diese Videos nur deshalb, damit ihr Anhaltspunkte habt und nicht in eine Sache reinfällt, wenn ihr euch noch nicht entschieden habt, welche Abnehmvariante für euch gesund wäre. Gesündeste ist, Freunde, bei einer Menge anfangen und kontinuierlich um 100 Kalorien oder um 200 Kalorien bei Männern zu reduzieren, bis ihr euren Gewichtreduzierung sieht und euch dabei gut fühlt. Aber auch achtet, dass ihr nicht den ganzen Tag mit Hunger rumrennt, um ein Kilo mehr abzunehmen. Und Mädels, lasst euch bitte Zeit. Es muss nicht in drei Monaten 15, 20, 30 Kilo weggehen. Lasst in drei Monaten fünf Kilo weggehen, drei Kilo weggehen. Das ist doch erstmal ein Schritt. Kontinuierlich euch an euren Ziel ranarbeiten, verhindert, dass eben Jojo-Effekt eintrifft oder ihr in eine Sucht reinkommt, immer weniger zu essen. So viel zu essen, ist genauso eine Sucht, Mädels, wie so wenig wie möglich zu essen. Es kann wirklich nicht sein. Ich habe ein paar Seiten angeschaut, dass die Mädels angeben, dass die wirklich am Tag nur einen Apfel gegessen haben oder die Fragen stellen, darf ich einen Apfel essen? Mädels, wo wollt ihr hin? Ihr wollt doch straffe, gesunde Bindegewebe haben, die eben rund ist, die gesund ist. Aber nicht nur Körper, sondern auch Gesicht sieht man doch, wenn man nichts isst, dass man ein bisschen deformierter ausschaut. Deswegen schaut, dass ihr mit Essen fit wird, nicht ohne Essen. Nochmal zum Jojo-Effekt. Jojo-Effekt trifft nur dann, wenn ihr zu sehr auf Defizit seid. Verhindert das, geht nicht so auf Defizit, sei es vital. Vital ist man, wenn man seine Ernährung gut umstellt, gut anpasst. Das ist nur eine Ernährungsumstellung, dass man überflüssige Pfunde weg wird. wird, genau. Also Zucker verzichten, Fett kontrollieren, Kohlenhydrate, um Energie zu tanken, auch regeln, Protein hochhalten, dann wird es ihr schon gut ausschauen. Also ein Apfel oder eine Banane wird euch bestimmt nicht fett machen, Mädels. Auch 100 Gramm, 200 Gramm Reis wird euch nicht fett machen. Was euch fett macht, ist Zucker, Fett miteinander kombinieren, Fastfood essen, unkontrolliert essen, einen Liter Cola trinken. Das sind die Sachen, die müsst ihr weglassen, nicht einen Apfel. Ich hoffe, ich habe euch wieder ein paar Tipps gegeben. Wir werden diesem Thema mehrere Folgen machen. Nächstes Mal gibt es vielleicht in eine andere Richtung. Und für die, die so viel abgenommen haben, die sich schwach fühlen, die sich von Gesellschaft ausgeschlossen fühlen. Bitte, steht es auf, kommt es wieder dahin, wo ihr wart. Gesundheit ist nicht dünn sein. Gesundheit ist fit sein und sich wohl fühlen. In diesem Sinne, euer Pumping Air-Chan, alles Gute mit Essen, nicht mit Hungern. Wird man glücklich. Top 10